Keller-Automaten sind immer noch das Thema unserer Vorlesung. Wir haben uns beim letzten Mal intuitiv überlegt, wie man mit einem Berechnungsmodell über die Ausdrucksstärke regulärer Automaten hinausgehen kann. Und zwar so, dass man das, was für die Erkennung kontextfreier Sprachen noch fehlt, hinzufügt. Und da hatten wir überlegt, welche Arten von Speicher braucht unser Automat, um das zu leisten und kamen so auf die Keller-Automaten. Und da soll es jetzt weitergehen. Wir wollen weiter Keller-Automaten und ihre Definitionen und die von Ihnen erkannten Sprachen genauer anschauen. Willkommen zurück. Mein Name ist Markus Krutsch. Dies ist die Videoreihe zum Thema Formale Sprachen und Automaten, die Sie, wenn Sie sie nicht bisher schon verfolgt haben, in der Playlist nachempfinden können. Denn wenn Sie jetzt hier einsteigen, sind Sie vielleicht ein bisschen verloren, so gleich in der Mitte des Themas kontextfreier Sprachen und Keller-Automaten. Vielleicht aber auch nicht, denn ich beginne tatsächlich auch diesmal wieder mit einer Definition. Wir hatten die am Ende des letzten Videos gesehen. Das ist meine formale Definition von Keller-Automaten. Wie Sie wissen, ist es nur eine von vielen möglichen Definitionen. Das hatten wir auch beim Thema reguläre Sprachen schon besprochen. Vieles, was wir mathematisch definieren, ist zwar exakt definiert und auch im wesentlichen Standard in der Informatik, in dem Sinne, dass wir alle das Gleiche meinen, wenn wir davon sprechen. Aber im Detail hat man doch relativ viele Entscheidungsfreiheiten dahingehend, wie man so eine Definition ausgestaltet, ohne dass das unbedingt etwas ändert an dem Prinzip oder der Grundidee dahinter. Und so gibt es auch bei Keller-Automaten noch verschiedene Varianten, über die ich nochmal sprechen werde. Wie ich die definiert habe, sehen Sie nochmal hier ein Tupel aus sechs verschiedenen Bestimmungsstücken, Zustandsmenge, Eingabe-Alphabet, Keller-Alphabet. Das ist das, was wir in den Speicher schreiben dürfen. Übergangsfunktionen, die uns sagt, in einem bestimmten Zustand, mit einem bestimmten Eingabesymbol oder dem Lernwort, einem bestimmten Symbol oben auf dem Keller oder nichts von oben genommen, gehen wir in einen neuen Zustand und schreiben ein neues Symbol. Also, wobei wir hier jeweils die Wahl haben, wir können also eine Menge solcher Folgeübergänge definieren. Das ist also wieder ein nicht-deterministischer Automat. Wir haben eine Menge von Startzuständen und eine Menge von Endzuständen. So weit, so gut. Pardon. Lassen Sie uns das nochmal ein bisschen im Detail anschauen und besser intuitiv verstehen, auch ein bisschen, wie diese Schreibweise funktioniert, damit wir das gut und sicher beherrschen. Insbesondere haben wir diese kompliziertere Übergangsfunktion hier. Und ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, dass das im Prinzip eine Menge verschiedener Funktionen in eine einzige Funktion packt. Wir könnten auch einen Kellerautomaten anders definieren. Wir könnten verschiedene Arten von Operationen uns vorstellen. Eine Operation für Push, eine für Pop, eine für die Zustandsübergänge. Und es wäre möglich, eine Definition anzugeben, bei der man diese verschiedenen Operationen ausführen kann, je nachdem, in welchem Zustand man sich gerade befindet oder was man gerade als nächstes tun will. Wäre jeweils bestimmte dieser Operationen möglich, wie in einer Programmiersprache oder eher einer ganz einfachen Assembler-artigen Sprache. Stattdessen haben wir hier eine Art von einheitlichem Instruction-Format für eine Art von Befehl, für eine Art von Übergang, der alles in einem tun kann. Ja, Push, Pop und Zustandsänderung beim gleichzeitigen Lesen eines Symbols. All das geht hier mit einem Schritt. Und wir können diese Funktionen dann unterschiedlich anwenden, je nachdem, wie viele von diesen Dingen wir tatsächlich in der aktuellen Situation tun wollen. Der Fall, in dem alles passiert, ist hier angegeben. Ich habe also hier auf dieser Seite die Übergangsfunktion Delta von Q1, A und C enthält ein Tupel Q2, D. Das heißt, jetzt ist hier der Funktionswert auf der linken Seite geschrieben. Das sollte Sie nicht verwirren. Es kommt eine Menge raus bei dieser Funktion und diese Menge enthält dieses Paar. Das bedeutet, wenn der Kellerautomat, Pushdown-Automaton, in Zustand Q1 das Symbol A einliest und C oben vom Keller nimmt, Pop, dann kann er in Zustand Q2 wechseln und dabei D auf den Keller legen, Push. Das heißt, diese Übergänge sind natürlich in gewisser Weise immer bedingte Pops. Also es ist nicht so, dass der Automat etwas vom Keller nimmt und dann schaut, was ist es eigentlich, sondern der Übergang kann nur dann stattfinden, wenn das Zeichen, was man vom Keller nehmen würde, das C ist. Das heißt also, der Pop-Schritt hier kann nur durchgeführt werden, wenn tatsächlich ein C dabei produziert wird. Okay, das ist also der Fall, in dem alles passiert. Und wir können uns jetzt da hier jeweils das Epsilon zulässig ist bei den Eingaben wie auch bei der Ausgabe, auch Fälle vorstellen, bei denen nur ein Teil dieser Parameter benutzt werden, zum Beispiel dieser hier. Delta Q1, A, Epsilon, enthält das Zeichen Q2. Das ist im Prinzip ein klassischer, endlicher Automatenübergang ohne die Verwendung des Kellers, indem wir einfach sagen, wenn der Automat in Zustand Q1 das Symbol A einliest, dann kann er in den Zustand Q2 wechseln. Das ist das, was ein normaler, ein endlicher Automat, wie wir ihn bisher kennengelernt hatten, für reguläre Sprache tut. Gut, daran sehen wir auch gleich, dass all das, was die endlichen Automaten konnten, auch mit Kellerautomaten machbar ist. Man muss den Keller ja nicht verwenden. Ich kann das jetzt aber auch beliebig abwandeln. Es gibt eine andere Möglichkeit, Epsilon einzusetzen, die auch etwas ähnelt, was wir schon gesehen haben. Und zwar, wenn ich das Eingabesymbol A mit Epsilon ersetze, dann aber dafür ein Pop- und ein Push-Symbol angebe, dann bedeutet das, wenn der PTA in Zustand Q1 das Symbol C oben vom Keller nimmt, dann kann er in Zustand Q2 wechseln und dabei D auf den Keller legen, ohne ein Symbol zu lesen. Das ist also sozusagen eine interne Veränderung des Kellers, ohne dass man dabei neue Eingaben verarbeiten muss. Allein bedingt durch den aktuellen inneren Zustand, die aktuelle innere Konfiguration des Stacks. Okay, was geht noch? Naja, wir könnten uns auch vorstellen, wir haben einfach ganz und gar spontane Übergänge, denn auch dieser Epsilon-Übergang, den wir gerade gesehen haben, wo wir kein Zeichen gelesen haben, ist ja nicht völlig spontan. Er hat immer noch eine Vorbedingung in Bezug auf den Kellerinhalt, den wir gerade haben. Wir könnten aber auch das durch Epsilon ersetzen und nur den Zustand Q1 ersetzen. Das bedeutet dann, wenn der Automat in Zustand Q1 ist, dann kann er spontan in Zustand Q2 wechseln und dabei D auf den Keller legen, ohne dabei eine Eingabe oder den Keller zu lesen. Das ist also ein wirklich rein spontaner Übergang aus Zustand Q1 heraus. Und, ja gut, diesen Sonderfall sollte ich Ihnen auch vielleicht noch sagen, wenn eine bestimmte Kombination Q1, A, C die leere Menge produziert, was möglich ist bei unserer Definition der Übergangsfunktion, dann bedeutet das einfach, dass, wenn der PDA in Zustand Q1 das Symbol A einliest und C oben auf dem Keller liegt, nichts möglich ist. Man kann dann nichts tun. Also, das ist einfach eine Kombination von Dingen, die nicht zu einem erfolgreichen Lauf führen dürfen. Es kann trotzdem natürlich sein, dass es andere Kombinationen gibt, zum Beispiel eine mit Epsilon an einer dieser Stellen, für die man dennoch etwas tun könnte. Es ist nicht so, dass nur weil hier eine tatsächlich eintretende Kombination Kombination aus Zustand, Zeichen und Kellerinhalt leere Menge ergibt, der Automat automatisch feststeckt. Es könnte noch andere Varianten geben, die es erlauben, weiterzugehen. Aber zumindest unter Abnehmen des Cs vom oberen Teil des Kellers und Einlesen des As können wir hier nichts tun. Okay, und Sie können sich jetzt selbst viele andere Varianten dieser Übergangsfunktion vorstellen, in der wir diese verschiedenen Parameter irgendwie belegen, um etwas Komplexes oder weniger Komplexes in einem Schritt zu erreichen. Okay, das ist also das, was Kellerautomaten tun können. Jetzt wollen wir als nächstes uns mal ein Beispiel dafür anschauen und das dann auch illustrieren, damit wir noch ein bisschen eine bessere Wahrnehmung davon erhalten. Und das Beispiel, was ich wähle, ist natürlich das klassische Beispiel kontextfreier Sprachen, das Sie auch schon ein paar Mal gesehen haben, die Sprache A hoch I, B hoch I, für beliebige I größer gleich 0. Wie könnte hier ein Brüsteinautomaton, ein Kellerautomat, aussehen? Zunächst einmal definieren wir die allgemeinen Bestimmungsstücke und anschließend die Übergangsfunktion. Na gut, das Alphabet ist klar. Da werden wir die beiden Zeichen A und B drin benötigen und sonst nichts. Als Kelleralphabet werde ich zwei Zeichen verwenden, die ich A und S nenne. Ich verwende immer Großbuchstaben und Sie sehen, ich verwende auch einen bestimmten Stil. Den Stil mit diesen blauen Großbuchstaben kennen Sie schon von meinen Nicht-Terminalsymbolen bei Grammatiken. Das ist kein Zufall. Da kommen wir mal noch hin. Da gibt es einen Bezug. Nächstes Video und übernächstes. Also ich habe hier A und S. Zustände gebe ich diesem Automaten 4, die ich QS, QA, QB, QF nenne. Wir ahnen schon, was die Intuition ist. S wird ein Start sein, F wird das Ende sein. QA und QB markieren diese bestimmten Phasen, in denen wir dieses Wort einlesen können. Das hatten wir ja schon diskutiert. Wenn man so ein Wort von vorne liest, muss man zunächst A's lesen und zählen. Und an irgendeiner Stelle muss man beginnen, B's zu lesen. Und ab da darf man keine A's mehr akzeptieren. Das heißt, man braucht da einen Übergang. Und das wird durch diese mittleren weiten Zustände realisiert werden. Startzustand, wie gesagt, ist der Zustand QS. Das ist also die Startzustandsmenge eine Elemente. Es gibt nur diesen einen. Und die Endzustände, da habe ich jetzt zwei. Und zwar QS und QF. Ist das überraschend? Naja, eigentlich nicht. QS ist deshalb Endzustand, weil ja das leere Wort in dieser Sprache ist. Das heißt, ich brauche den Startzustand auf jeden Fall in dieser Menge. Wobei, auf jeden Fall ist übertrieben. Ich habe ja Epsilon-Übergänge. Ich könnte auch anders das Problem lösen. Aber wir nehmen ihn mal ein. Und es gibt den Endzustand. Das ist das, was wir erreichen wollen, nachdem wir das Wort erfolgreich gelesen haben und tatsächlich geprüft haben, dass die Anzahl der A's und die Anzahl der B's übereinstimmen. Okay, das sind also die Teile. Und jetzt müssen wir das alles mit der Übergangsfunktion zusammenbringen. Und das kann ich mir so aufschreiben. Ich habe hier Übergangsfunktionen für fünf Fälle angegeben. Es gibt natürlich noch viel mehr Fälle. Es gibt immer sehr viele Fälle bei den Pustanautomatas. Einfach, weil sie natürlich viele Kombinationen hier zulassen. Wir werden natürlich in der Regel nur die Fälle aufschreiben, die eine nicht leere Menge produzieren. Alles andere sind einfach Übergangsfunktionswerte, die die leere Menge sind. Damit ist es eine totale Funktion, wie auch gefordert in der Definition. Es muss ja für jeden Wert klar sein. Okay, was mache ich hier? Ich habe zunächst in Zustand QS, das ist mein Start, einen spontanen Übergang zu QA. Das heißt, eigentlich gehe ich aus dem Startzustand direkt raus in QA, ohne dass ich irgendwie schaue, was das Wort eigentlich beinhaltet oder was mein Keller beinhaltet. Der Keller darf an der Stelle natürlich keine Rolle spielen, denn der Keller ist zu Beginn der Berechnung stets leer und ich kann also unmöglich irgendetwas vom Keller poppen. Das heißt, an dieser Stelle sollte ich irgendeinen Übergang parat haben, der nicht verlangt, dass auf dem Keller schon etwas liegt. Aber ich werde in dem Fall auch nicht verlangen, dass das Wort aus der Eingabe irgendetwas enthält. Ich möchte nämlich noch kein Zeichen lesen. Was ich hier lediglich mache, ist spontan in QA zu wechseln und dabei S auf den Keller zu schreiben. Das ist eine wichtige Idee. Ich markiere mir hier den Kellerboden. Ich habe dieses Zeichen S eigentlich überhaupt nur eingeführt, um zu wissen, wann ich kurz vorm leeren Keller stehe. Denn der Automat hat durch die Übergangsfunktion, die wir hier verwenden, ja gar keine Möglichkeit zu erkennen, dass der Keller gerade leer ist. Es gibt Übergänge, die nur dann möglich sind, wenn der Keller nicht leer ist, nämlich die Übergänge, die einen Pop durchführen mit irgendeinem Wert. Aber es gibt keine Übergänge, die nur möglich sind, wenn der Keller leer ist. Also ein Übergang, der Epsilon schreibt an der Stelle, wo das Keller-Symbol in der Eingabe steht, kann genauso gut auf einen vollen Keller ausgeführt werden, ohne dass dabei Pop aktiviert wird. Wenn wir also irgendetwas tun wollen, was nur dann erfolgreich sein soll, wenn der Keller leer ist, dann müssen wir uns irgendeine Markierung setzen und das ist bei uns das S. Das heißt, wir beginnen mit dem fast leeren Keller S. Und dann wird der Rest des Algorithmus, dieser mittlere Teil zumindest, ganz ähnlich ablaufen wie das, was wir beim letzten Mal im Pseudocode schon gesehen haben. Im Zustand QA wird jedes A, was ich in der Eingabe lese, ohne dass ich dabei vom Stack etwas poppe, direkt auf dem Stack in Form von Groß A abgelegt. Das heißt, ich habe diesen Zähler, den ich zuerst benutzt habe im letzten Video, jetzt ersetzt durch den Stack und ich lege einfach für jedes A in der Eingabe ein A in den Stack. Das ist auch eine Art zu zählen. Der Stack wird einfach genauso wachsen, wie mein Eingabewort schrumpft, während ich die Verarbeitung fortführe. Irgendwann finde ich das erste B, das passiert mir in Zustand QA, denn in dem bin ich ja bis dahin. Und wenn das der Fall ist, dann weiß ich, jetzt gehe ich in den zweiten Teil des Wortes über, jetzt möchte ich Bs lesen. Wenn das der Fall ist, dann werde ich ein A vom Stack herunternehmen wollen. Das heißt, das wird nur dann erfolgreich sein, wenn ich vorher zumindest ein A gesehen habe. Und gleichzeitig gehe ich in den Zustand QB über und ich lege nichts Neues in meinen Keller. Das ist das erste B. Und die weiteren Bs lese ich dann einfach in Zustand QB. Für jedes B nehme ich ein A vom Keller und lege dafür nichts Neues rein, bleibe im Zustand B. Und irgendwann, wenn ich das Wort komplett gelesen habe, werde ich nichts weiter einlesen. Ich habe hier Epsilon stehen bei der Eingabe. Werde hoffentlich S auf dem Keller sehen, was mir sagt, ich bin jetzt fast ganz am Ende des Kellers. Ich bin wieder dort angekommen, wo ich irgendwann mal gestartet hatte. Und wenn das gelingt, dann werde ich in den Endzustand QF übergehen und nichts Neues auf den Keller legen. Da bleibt leer, weil das an dieser Stelle vielleicht nicht bedeutsam ist. Und das wäre dann das mögliche Wort Ende. Es könnte mir natürlich auch passieren, dass ich das S sehe, obwohl noch unverarbeitete Zeichen in der Eingabe liegen. Dann kann ich das auch tun, aber dann wird es schwierig sein, die restlichen Zeichen zu verarbeiten. Denn für QF gibt es keine Übergänge. Die sind alle leer. Okay. Und Sie sehen hier in dem Fall, diese Übergangsfunktion hat in jedem Fall genau eine Möglichkeit. Das heißt, für eines dieser Trippel ist der Übergang jeweils deterministisch. In dem Sinne, dass es nur eine Option gibt für diese Trippel. Und auch sonst ist das ein ziemlich deterministisches Verhalten, wie Sie hier vielleicht sehen können. Aber das Thema Determinismus und Kellerautomaten müssen wir mal zu einem anderen Zeitpunkt noch im Detail diskutieren. Sie können vielleicht schon sehen, dass durch die verschiedenen Varianten, die wir hier haben, einen Übergang zu definieren, es manchmal verschiedene Möglichkeiten geben kann. Selbst dann, wenn jede dieser Mengen, die die Übergangsfunktion liefert, nur ein einziges Element hat. Also Determinismus ist hier nicht ganz so leicht zu sehen, wie bei einem endlichen Automat, einem NFA, das sich gestaltet hat. Okay, das ist also mein definierter Automat. Und natürlich sehen Sie an dieser Definition, dass sie zwar nachvollziehbar ist. Und ich hoffe, dass Sie auch schon verstehen konnten, wie das Ganze arbeitet. Aber sie ist nicht besonders anschaulich. Denn wir müssen uns immer im Kopf behalten, wie diese verschiedenen Zustände zueinander stehen. Und in welchen wir beginnen. Und wie die Abarbeitung dann vollzogen werden soll. Schöner war es ja, bei den endlichen Automaten das Ganze grafisch zu machen. Und das ist auch bei Kellerautomaten möglich in der Tat und hilft sehr, das besser zu verstehen. Hier sehen Sie eine grafische Darstellung dessen, was ich gerade erzählt habe. Und ich erkläre gleich, wie man die liest. Das Wesentliche steht hier schon im grünen Kästchen. Wir können nämlich die Darstellung ähnlich zur Darstellung von NFAs erreichen, wenn wir Änderungen des Kellerinhaltes mit an die Übergänge schreiben. Das heißt, die Übergänge werden jetzt etwas komplexer. Sie enthalten nicht nur ein Zeichen, das eingelesen werden muss, um den Übergang zu vollziehen, sondern sie enthalten ein Eingabezeichen, ein Kellerzeichen, was eventuell vom Keller genommen wird mit Pop. Und sie geben außerdem an, was stattdessen auf den Keller gelegt wird, wenn überhaupt irgendwas gelegt wird. Das heißt, Sie sehen hier, YYS ist so gemeint, dass ich nichts lese, nichts poppe, aber ein S pushe. Das ist der erste Übergang. Diese Schleife hier sagt uns, ich kann ein A lesen, nichts poppe, aber ein A pushen dabei. Also die letzten beiden Zeichen sagen immer, was passiert mit dem obersten Zeichen des Kellers, was wird stattdessen oben oder zusätzlich oben aufgelegt. Also hier habe ich diese Schlaufe, in der ich die As einlese. Mit B kann ich in den B-Zustand wechseln, wobei ich schon das erste A konsumieren muss. Und im B-Zustand kann ich dann für jedes B weitere As vom Keller konsumieren. Ich lege nichts Neues hinzu. Und am Ende, wenn ich das S im Keller finde, kann ich, ohne etwas von der Eingabe zu lesen, ohne etwas Neues zu schreiben, in den Endzustand gelangen. Okay, und das ist recht anschaulich, das so zu machen. Und diese Darstellung ist, denke ich, fast genauso intuitiv wie die von endlichen Automaten ohne den Keller. Der Vorteil hier insbesondere ist, dass wir ganz klar sehen, wie die Zustandsübergänge funktionieren und welchen Weg man im Prinzip nehmen muss, um erfolgreich zum Ziel zu gelangen. Auch wenn die Wege dahin nicht ganz so leicht zu sehen sind, dadurch, dass es so viele Bestimmungsstücke an jedem Übergang gibt. Okay, man kann sich für diese Art von Notation auch noch Abkürzungen überlegen, dass man zum Beispiel bestimmte Teile weglässt, wenn sie nicht benutzt werden in den Übergängen. Dazu sage ich vielleicht später noch mehr. Für jetzt soll uns diese kanonische Darstellung mit jeweils genau drei Angaben pro Pfeil genügen. Okay, das ist also die grafische Darstellung von solchen Kellerautomaten. Und so können wir das auch selbst produzieren oder auch lesen. Machen wir noch mehr Beispiele? Ja, wir machen noch mehr Beispiele. Und zwar wollte ich Ihnen als nächstes Beispiel eins zeigen, was wir auch beim letzten Video schon besprochen haben, nämlich Palindrome. Aber diesmal in einer leicht anderen Version, nämlich ohne Mittelmarkierung. Und zwar ist das also die Sprache aller Palindrome über A und B-Wörter, die man von vorn und hinten gleich lesen würde, die, so fordern wir, eine gerade Wortlänge haben. Das machen wir der Einfachheit halber. Sie können natürlich Palindrome haben mit ungeradzahliger Wortlänge. Dann haben Sie in der Mitte ein Zeichen stehen, das nur ein einziges Mal vorkommt, während alle anderen Zeichen links und rechts jeweils gespiegelt. wird auftauchen. Aber das ist eine Art Sonderfall, den man jetzt im Automaten irgendwie berücksichtigen müsste und den möchte ich mir sparen. Also ich gehe mal von gradzahligen Palindromen aus, sodass man genau eine Mittelgrenze finden kann, an der das Wort sozusagen gespiegelt ist. Okay. Das kann ich auch so definieren, wenn ich jetzt sagen wollte, warte. Das kann ich so definieren, wenn ich sagen wollte, was diese Sprache der Palindrome genau ist, dann würde ich es so schreiben. Es ist die Menge aller Wörter w konkateniert mit w, r, wobei w ein beliebiges Wort aus der Sprache a, b Stern ist und w, r einfach die rückwärts gelesene, die umgekehrte, gespiegelte Version von w darstellt. Also so kann man das auch definieren, während wir auch in einigen Übungsaufgaben so verwenden, diese Notation, um uns das Leben etwas leichter zu machen. Okay. Das ist also die Sprache und jetzt wollen wir einen Automaten dafür finden und mit dem, was Sie wissen über Kellerautomaten, über Übergänge und die möglichen Definitionen, können Sie das selbst schaffen im Prinzip. Also wenn Sie mögen, halten Sie mal an, das Video und nehmen Sie sich mal ein Stück Papier, schreiben Sie die Übergänge auf, die vielleicht, ich gehe nochmal als kleine Gedankenstücke, zu zurück, wenn Sie hier anhalten wollen, halten Sie vielleicht lieber hier an, dann sehen Sie vor sich, wie so ein Automat aussieht. Die Definition von Palindromen, können Sie sich merken, die brauchen Sie nicht und versuchen Sie es mal. Okay. Willkommen zurück. Ich weiß nicht, wie viel Zeit für Sie vergangen ist. Für mich waren es bloß ein paar Sekunden. Wir sind dabei, das Rätsel aufzulösen, wie können wir Palindrome mit einem Kellerautomaten erkennen. Hier sehen Sie eine mögliche Lösung. Ich habe wieder vier Zustände. Die Struktur ist gar nicht so unähnlich zu der des Automaten, den wir gerade gesehen haben. Ich habe einen spontanen Übergang am Anfang und initialisiere meinen Keller mit dem S. Ich habe allerdings jetzt zwei Kellersymbole zulässig zum S, nämlich A und B. Das ergibt auch Sinn, denn ich möchte schließlich mir merken, in welcher Reihenfolge A und B in der Eingabe auftauchten. Für jedes A schreibe ich ein A auf den Keller, für jedes B schreibe ich ein B auf dem Keller. Das mache ich zumindest so lange, wie ich mich in dem ersten Teil meines Palindroms wähne. Irgendwo ist die Mitte und ab der Mitte sollte ich wieder anfangen, die Zeichen vom Keller zu nehmen und abzugleichen mit dem Input. Und das tue ich auch an irgendeiner Stelle, entscheide ich spontan, ohne etwas zu lesen, ohne etwas vom Keller zu nehmen, ohne etwas auf den Keller zu legen, dass es Zeit ist, wieder rückwärts zu gehen und WR einzulesen. Und wenn das geschehen ist, dann lese ich weiterhin A und B aus der Eingabe, aber für jedes A nehme ich ein A vom Keller weg, für jedes B nehme ich ein B vom Keller weg, lege nichts Neues drauf und wenn ich auf diese Art es schaffe, am Ende zum S zu kommen, das heißt, den Keller komplett abzuarbeiten, dann gehe ich in den Zustand QF. Und wenn es dann außerdem mir gelungen ist, an dieser Stelle das gesamte Wort abzuarbeiten und nicht etwa noch Eingabesymbole übrig zu behalten, dann würde das auch akzeptiert werden. Okay, und was Sie sehen an diesem Beispiel ist, also ich hoffe, Sie sehen, dass es funktioniert und können das nachvollziehen, aber Sie sehen auch ganz interessant, dass wir hier etwas tun, was hochgradig nicht deterministisch ist, dass der Automat hat überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, wo die Wortmitte sich befindet in dieser Struktur. Das können wir nicht, wie beim vorigen Beispiel, an einem B erkennen, das plötzlich als erstes auftritt, sondern wir müssen wirklich vollständig nicht deterministisch raten, auch gut Glück, dass wir jetzt in der Mitte des Wortes sind und dann anfangen abzuarbeiten. Und wenn wir falsch geraten haben, dann werden wir den halben Stack schon abgearbeitet haben. Es gibt keine Möglichkeit zurückzuholen, was wir da durch Pop wieder entfernt haben. Und es gibt also auch keine Möglichkeit, diese Entscheidung irgendwie zu revidieren. Wenn der Automat sich hier falsch entscheidet und zu früh anfängt, das Wort mit dem Stack wieder zu leeren, dann wird es nicht gelingen, hier erfolgreich im Endzustand zu landen. Und genauso, wenn wir zu lange warten und zu spät anfangen, den Stack abzuarbeiten, dann können wir auch nicht mehr rückwirkend sehen, ob da wirklich ein Palindrom in der Eingabe stand. Okay, aber das ist kein Problem. Sie wissen, wie das funktioniert. Nichtdeterministische Automaten sind erfolgreich, falls es wenigstens eine Möglichkeit gibt, die Übergänge so durchzuführen, dass man dabei Erfolg hat. Und das scheint hier auf jeden Fall möglich zu sein. Okay. Gut. Damit haben wir ein paar Beispiele gesehen und können uns jetzt ein bisschen formaler noch überlegen, vielleicht wie die Sprache eines Kellerautomaten definiert sein soll. Intuitiv hatte ich das ja in den Beispielen natürlich schon mit erwähnt. Wir hatten eine Vorstellung davon, wie die Sprache definiert ist, sonst hätten wir nicht die Beispiele verstanden. Aber vielleicht haben sie sie auch noch nicht ganz verstanden und würden lieber noch mal die genaue Festlegung sehen, woran man eigentlich erkennt, dass ein Wort akzeptiert wird. Die Architektur allgemein können wir uns noch mal so veranschaulichen. Das ist ein Bild, das ich in ähnlicher Form auch später noch verwenden werde. Es weist uns auch schon die Richtung für weitere Verallgemeinerungen von endlichen Automaten. Eingabewörter werden gelesen, ein Keller wird bearbeitet, wobei wir immer nur das oberste Symbol sehen können und eine Zustandsvariable wird intern gespeichert. Das ist die Art, wie so ein Automat funktioniert mit einer endlichen Steuerung. Anhand dieser Architektur können wir auch ganz gut erkennen, was eigentlich ein, soll ich sagen, Zustand eines solchen Automaten ist. Das Wort Zustand ist natürlich schon belegt, denn wir benutzen es für den internen Zustand. Aber es gibt auch so etwas darüber hinaus wie einen Gesamtzustand. Also das heißt, die aktuelle Situation, in der sich der Automat befindet, während er irgendwo in der Mitte des Einlesens ist. Diese Situation besteht ja nicht nur aus dem obersten Keller-Symbol und aus dem gerade gelesenen Zeichen, sondern die Situation hat damit zu tun, welche Zeichen noch zu lesen sind und was alles auf dem Keller sich befindet und natürlich auch in welchem Zustand wir sind. Diese Gesamtsituation, in der der Automat sich befindet, nennt man eine Konfiguration. Weil wie gesagt, Zustand hat schon eine andere Bedeutung, so können wir es also nicht nennen. Konfiguration auch nicht schlecht. Und diese Konfiguration, wie ich gerade schon gesagt habe, ist also durch diese drei Bestimmungsstücke gegeben, durch den Zustand natürlich, in dem wir sind, durch den gesamten Kellerinhalt. Und das kann ich jetzt als Wort über den Keller-Symbolen mir vorstellen. Also dieses Wort nenne ich hier Gamma, Kleingamma, und das ist ein Wort aus Gamma-Stern, also einfach nur eine Liste von Zeichen aus Keller-Symbolen. Wenn wir das so notieren, müssen wir natürlich noch festlegen, ob das oben links oder oben rechts ist. Und außerdem wichtig zu wissen ist auch das noch zu lesende Restwort, wie Element Sigma-Stern. Auch hier ist von Bedeutung natürlich, was wir noch vor uns haben, was wir schon gelesen haben, spielt keine Rolle mehr für das, was der Automat noch tun kann, denn er kann ja nicht zurückschauen. Aber ob das Wort vollständig verarbeitet ist oder ob noch etwas fehlt, das wird am Ende für die Akzeptanz eine große Rolle spielen. Okay, das sind also die Dinge, die wir als Konfiguration betrachten. Und das können wir jetzt noch ein bisschen formaler definieren. Hier haben Sie es als Definition aufgeschrieben. Sei M ein Kellerautomat mit den genau wie zuvor benannten Bestimmungsstücken. Eine Konfiguration von M ist ein Triple, besteht aus drei Teilen, die wir gerade gesehen haben, über einem Zustand, einem Wort über dem Eingabealphabet, das ist das Restwort, was ich noch lesen möchte, und einem Wort über dem Kelleralphabet, das ist das, was gerade im Keller gespeichert ist. Und wenn ich also so eine Konfiguration habe, dann kann ich definieren, ob ein Übergang möglich ist zu einer anderen Konfiguration. Und das mache ich, indem ich eine Übergangsrelation zwischen den Konfigurationen festlege. Also eine Beziehung zwischen jeweils zwei Konfigurationen, die dann besteht, wenn man von der ersten Konfiguration in die zweite überwechseln kann, mithilfe der Übergangsfunktion, die dieser Automat zulässt. Wie ist das definiert? Naja, so wie man es erwarten würde. Die Konfiguration Q, VW, Psi, Gamma kann in die Konfiguration Q', W, Psi, Strich, Gamma übergehen. Eine Menge Sonderzeichen erstmal, aber es wird sich gleich aufklären. Das schreiben wir in Symbolen so, indem wir die zwei Konfigurationen nebeneinander stellen und so ein kleines gekipptes T dazwischen schreiben. Dieser Übergang ist also möglich, falls gilt. Das Q', der neue Zustand und Psi', das neue oberste Keller-Symbol in der Menge der Paare sind, die man für den Zustand Q, das Eingabesymbol V und das oberste Keller-Symbol Psi im Automaten zur Verfügung hat. Wie immer können wir auch den reflexiven transitiven Abschluss zu einer Übergangsrelation bilden. Das wird immer dann interessant sein, wenn wir mehr als einen Schritt auf einmal durchführen wollen. Das schreiben wir einfach als Relation mit Sternchen. Okay. Was Sie also sehen aus dieser Schreibweise, wenn ich das fordere hier, dass das gilt, ist natürlich klar, dass V hier ein einzelnes Eingabesymbol sein sollte. Also V ist nur ein Symbol, W ist ein möglicherweise längeres Wort, könnte auch ein leeres Wort sein. Und Psi' und Psi sind beides einzelne Kellersymbole. Das Symbol, was ich wegnehme, das Symbol, was ich nachlege. Und weil ich jetzt gerade gesagt habe, stimmt nicht ganz hundertprozentig, denn wir haben ja auch Epsilon-Übergänge. Und Sie sehen schon, die Wahl des Zeichens Epsilon für diese Fälle war nicht ganz schlecht, denn wir können jetzt sagen, dass V, Psi und Psi' wahlweise auch das leere Wort sein dürfen, Epsilon. In dem Fall ist es einfach so, als hätten wir sie beim Schreiben ganz weggelassen. Und dann funktioniert diese Definition auch wunderbar für solche Übergänge, in denen wir zum Beispiel nichts vom Input lesen oder nichts vom Keller wegnehmen oder eben nichts nachlegen. Das geht jeweils einfach durch Ersetzen, durch Epsilon und alles andere bleibt genau gleich. Braucht man nicht so viele Sonderfälle. Elegante Definition. Okay, ich hoffe, Sie haben die Definition verstanden. Ein Übergang zwischen Konfigurationen ist möglich, wenn er intuitiv nach dem, was wir über die Übergangsfunktion gesagt haben, möglich sein sollte. Und es hat sich auch herausgestellt, oben ist links bei unserer Notation für den Stack. Also das oberste Zeichen ist das, was ganz links liegt. Und dort schreibe ich auch das neue oberste Zeichen wieder hin, wenn ich ein neues dorthin lege. Und na gut, bei der Eingabe ist klar, das erste ist das, was links liegt. Auch da ist die Reihenfolge natürlich logisch. Okay, das ist also die Übergangsrelation zwischen Konfigurationen. Mit Hilfe dieser Definition können wir jetzt festlegen, was eigentlich durch so einen Kellerautomaten akzeptiert wird. Nämlich, indem wir schreiben, ein Wort W wird durch einen Kellerautomaten M akzeptiert, wenn es Übergänge von der Konfiguration QS, W, Epsilon nach QF, Epsilon, Gamma gibt für irgendeinen Startzustand QS aus der Menge der Startzustände und einen Endzustand QF aus der Menge der Endzustände. Mit anderen Worten, wir müssen irgendeinen Startzustand finden, von dem aus man das gesamte Wort W einlesen kann, mit dem leeren Keller beginnend, und dabei gelangt zu irgendeinem Endzustand, das ganze Wort soll dabei gelesen werden und der Keller darf am Ende beliebig aussehen. Also es ist nicht verboten, dass auf dem Keller noch Symbole liegen am Ende. Die Akzeptanz entsteht dadurch, dass ich mich im Endzustand befinde und alles verarbeitet habe. Okay, die von einem Automaten akzeptierte Sprache L von M, genau geschrieben wie auch schon bei den regulären Sprachen und den entsprechenden Automaten, ist einfach die Menge aller von M akzeptierten Wörter, nach dieser Definition. Okay, also das ist jetzt alles mathematisch formal und einerseits vielleicht besser zu verstehen, weil jetzt viele Dinge, die vielleicht nicht so ganz klar waren, aus meinem Reden, sich klar darstellen. Das ist jetzt alles eindeutig. Andererseits ist es vielleicht auch ein bisschen schwerer zu verstehen, weil man in solchen Definitionen sehr viel Information auf sehr kleinem Raum hat. Und auch, wie ich schon erwähnt habe, verschiedene Fälle in einem einzigen Satz abdeckt, indem man mal Epsilon zulässt und mal nicht. Insofern sollte man es sich vielleicht noch mal ein bisschen genauer anschauen und wirklich durchdenken, dass man verstanden hat, was hier passiert. Aber im Wesentlichen sagen die Definitionen nichts anderes, als dass die Wörter akzeptiert werden, für die es möglich ist, den Automaten zu einem Endzustand hinzulenken und dabei sicherzustellen, dass wirklich das ganze Wort gelesen wurde und nicht irgendwas übrig ist, was man gar nicht betrachtet hat. Das darf natürlich nicht sein. Gut, das ist die Sprache des PDA formal definiert. Machen wir noch mal ein Beispiel. Hier sehen Sie unseren Automaten für die Palindrome noch mal. Also gradzahlige Palindrome, gradzahliger Länge, sollte ich sagen. Und wir machen mal Konfigurationsübergänge für die Eingabe ABBA. Wir beginnen natürlich mit dem einen Startzustand, den es hier gibt, markiert durch diesen eingehenden Pfeil, wie wir es immer gemacht haben. Der hat zunächst die gesamte Eingabe zu verarbeiten und beginnt mit dem leeren Keller. Was können wir machen? Naja, nicht viel. Wir müssen jetzt den ersten Übergang wählen, der einfach ein spontaner Übergang ist, bei dem kein einziges Zeichen gelesen wird, aber der Zustand sich verändert zu QA hin und ein Kellersymbol S geschrieben wird. Das heißt, wir landen jetzt in der Konfiguration, in der der Keller nur das S enthält. Jetzt können wir anfangen, tatsächlich Eingaben zu verarbeiten. Wir können zum Beispiel das A lesen und dafür ein A auf den Keller legen. Das wäre diese Schlaufe hier. Und wir können das fortsetzen. Wir können ein B lesen, das wäre hier unten, und ein B auf den Keller legen. Dann können wir das nochmal machen mit A, dann haben wir schon, äh, mit B, dann haben wir B, B, A, S auf dem Keller liegen und zum letzten können wir noch ein A lesen und dann haben wir ein Keller, der das gesamte Wort ABA enthält und noch das S und wir sind immer noch im Zustand A und haben nichts mehr zu lesen und offenbar wird auf diese Art das Wort nicht akzeptiert. Das ist also kein akzeptierender Lauf, denn er landet nicht in einem Endzustand. Es gelingt, das ganze Wort einzulesen. Das ist immerhin eine Übereinstimmung mit der Bedingung, die wir gestellt haben, aber es ist nicht der richtige Zustand. Sie sehen aber natürlich, dass das Wort in der Sprache liegt. Das ist ein Palindrom. Das heißt, es sollte auch einen akzeptierenden Lauf geben, wenn unser Automat richtig konstruiert ist. Und den sehen Sie hier. Und der ist natürlich genau so, wie man es erwarten würde anhand der Idee des Automaten, die ich Ihnen schon erklärt habe. Also wir lesen, erst legen wir wieder das S spontan auf den Keller. Damit der Boden markiert wird. Dann lesen wir das A und schreiben ein A auf den Keller und ein B und schreiben ein B auf den Keller, so wie wir es gerade auch schon gemacht haben. Aber dann wechseln wir spontan mit dem mittleren Übergang in den anderen Modus, indem wir die Zeichen wieder abarbeiten wollen. Sind also dann in QB, ohne dass ich irgendetwas an der Eingabe oder an dem Keller verändert hätte. Und dann lesen wir in QB das B im unteren Übergang. Und das heißt, wir nehmen ein B vom Keller und ersetzen es durch nichts. Das heißt, es bleibt AS auf dem Keller, wird dabei ein B gelesen. Das bleibt also A in der Eingabe. Dieses A können wir auch noch lesen durch diesen oberen Übergang. Dabei leert sich der Keller fast. Und es ist nur noch ein S übrig. Und dieses S können wir letztlich mit diesem Übergang zu QF hinlesen. Und damit sind wir im Endzustand und haben keine Eingabe mehr übrig. Das heißt, dieser Lauf akzeptiert. Okay. So funktioniert das. Und wie gesagt, akzeptierende Läufe gewinnen über den nicht akzeptierenden im nicht-deterministischen Automaten. Das heißt, solange es nur einen einzigen akzeptierenden Lauf gibt, wird das Wort akzeptiert. Egal wie viele hellerhafte Läufe es geben wird oder nicht akzeptierenden Läufen. Nur wenn alle Läufe nicht akzeptierend sind, nur dann würde der Automat ablehnen. Wichtig, das ist eine asymmetrische Akzeptanzbedingung. Akzeptieren ist stärker als verwerfen. Wir sind optimistisch. Okay. Gut. Das war also noch ein Beispiel. Ich wollte noch ein bisschen was kurz sagen über verschiedene Definitionen, die Sie für Automaten dieser Art geben können. Vielleicht fallen Ihnen auch schon ein paar Dinge ein, die man verändern könnte in der Definition, ohne dass es wirklich einen wichtigen Unterschied an der Idee machen würde. Wenn Sie anderswo Lehrbücher lesen, Vorlesungen hören, Videos anschauen, Folien ansehen, dann können Sie aber solche Variationen antreffen und Sie sollten nicht verwirrt sein. Deshalb sage ich Ihnen kurz, was da so gängig ist. Also natürlich kann man mit einem einzigen Startzustand auskommen. Übung, warum, Hinweis, das war bei den nichtdeterministischen endlichen Automaten auch schon so und da hatten wir es auch schon mal begründet. Ich habe hier eine Menge von Startzuständen, weil es bequemer ist, wenn man ohnehin nichtdeterminismus zulässt, dann kann man den auch gleich von Anfang an zulassen. Es gibt, und das ist in der Literatur tatsächlich auch gängig, eine alternative Akzeptanzbedingung, nämlich, dass man statt PDA ist in Endzustand fordert, PDA hat leeren Keller. Wenn man das so macht, wenn man sagt, der Automat kann immer dann akzeptieren, wenn der Keller leer ist, dann braucht man keine Endzustände. Dann kann man sagen, Endzustände werden überhaupt nicht mehr markiert. Wir arbeiten nur mit Startzuständen und dem Kellerinhalt. Das ist offenbar in gewisser Weise sparsam, denn die Definition wird kürzer. Ich spare in meinem Sextupel einen Eintrag, hat aber den Nachteil, dass manchmal eine etwas aufwendigere Codierung nötig ist, denn ich muss immer sicherstellen, dass ich in dem Fall, in dem ich schon akzeptiert habe, den Keller noch leere. Was aber nicht schwer ist. Sie können sich leicht vorstellen, wie man eine kleine Subroutine in so einem Automaten schreiben könnte, die nichts weiter tut, als alles vom Keller zu poppen und anschließend zu akzeptieren. Das geht natürlich immer und man sieht dann auch leicht, dass es äquivalent ist, diese Möglichkeit. Okay. Kann man machen. Mache ich nicht, weil mir die Ähnlichkeit zu endlichen Automaten für reguläre Sprachen auch ganz sinnvoll und intuitiv erscheint. Die Übergangsfunktion kann natürlich auch anders geschrieben werden. Das kennen Sie auch schon von den endlichen Automaten. Wir könnten anstatt einer Übergangsfunktion auch eine Übergangsrelation verwenden. Da wir ja eine Funktion haben, die auf Mengen abbildet, könnte man stattdessen auch gleich für jede jedes Triple an Eingaben noch die Verknüpfung zu einem der möglichen Ausgabetupel oder Paare hier als ein Fünftupel darstellen. Wenn ich das so klammere, ist es zumindest intuitiv, was ist Eingabe, was ist Ausgabe. Die Klammerung ist natürlich mathematisch formal ohne jeglichen Belang. Wenn Sie die Klammern hier weglassen, dann haben Sie immer noch das Gleiche dastehen. Es ist ja egal, in welcher Reihenfolge Sie kathesische Produkte hier ausführen. Okay. Zumindest in der gängigen Art und Weise, wie wir kathesische Produkte sehen. Gut. Gut, kann man so machen, muss man nicht. Ist wirklich eine Geschmacksfrage, macht keinen großen Unterschied. Man kann auch ein Stadtsymbol am Anfang auf den Keller legen. Also ich könnte sozusagen so eine Art festes vorgegebenes Symbol einführen. Das ist manchmal ganz bequem. Sie haben ja gesehen, jetzt in mehreren Fällen habe ich das Stadtsymbol selbst erst dorthin gelegt, damit ich eben so was habe. Wenn da schon was gelegen hätte, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen und wenn ich es nicht benutzt hätte, dann hätte es mich vielleicht auch nicht weiter gestört. Insofern kann man das natürlich machen. Okay. Vielleicht ein bisschen interessanterer Fall, den wir auch noch verwenden werden, zum Teil um Dinge ein bisschen leichter darzustellen, ist, dass man in einem Schritt auch mehr als ein Symbol auf den Keller schreiben darf. Also manchmal ist es ganz praktisch, wenn man gleich ein ganzes Wort pusht, anstatt nur ein einzelnes Symbol. Und insbesondere hat das, wenn man das als primitive Operation zulässt, den Vorteil, dass man den Keller auch beschreiben kann, wenn man fordert, dass in jedem Zustand irgendetwas durch Pop entfernt wird. Also in unserer Definition könnte der Keller nie anwachsen, wenn ich immer fordere, dass erst etwas weggenommen wird, bevor etwas draufgelegt werden kann. Ich kann immer nur eins drauflegen, also bleibt die Größe maximal gleich. Aber wenn es möglich ist, auf einen Schritt mehrere Sachen draufzulegen oder das gleiche, was ich gelesen habe, wieder zurückzulegen, dann kann ich durchaus fordern, dass in jedem Schritt etwas weggenommen wird, ohne dass das mich irgendwie einschränkt. Kann man auch sehen. Okay, das führt alles zur gleichen Ausdrucksstärke. Eines davon möchte ich noch kurz im Detail zeigen, wobei Sie sich das auch leicht denken können. Also wir können solche Wortübergänge tatsächlich als ganz praktische Abkürzung mit hinzufügen. Wortübergang muss ich jetzt vorsichtig sein, wenn ich das sage, hatte ich schon mal in einem anderen Zusammenhang für etwas anderes gebraucht, ja bei endlichen Automaten. Hier wollen wir weiterhin mit einem einzigen Eingabesymbol arbeiten, das ich ja Sigma nenne. und wir können ein Symbol vom Keller nehmen, das A und dann legen wir aber gleich eine ganze Reihe von Symbolen auf einmal auf den Keller, wobei wir uns dann überlegen müssen, was ist oben, was ist unten. Die Richtung wird hier die gleiche sein, wie auch in unserer Definition von Konfigurationen, also B1 ist ganz oben, Bn ist das unterste dieser Symbole, so würde ich das einfügen. Okay, gut, so ein Übergang, intuitiv ist klar, was der macht und wir sehen auch relativ leicht, dass man den mit unseren Mitteln ebenso hätte darstellen können, nämlich einfach, indem ich verschiedene Zwischenzustände einführe, das ist fast so ähnlich wie bei den Wortübergängen bei den NFAs, ich habe einfach jeweils ein Symbol, was ich hier rein einfüge. Im ersten Schritt prüfe ich die Vorbedingungen, ich lese das richtige Zeichen Sigma und ich führe ein Pop mit dem A aus und schreibe dann das unterste Zeichen Bn und dann habe ich eine Reihe von Zuständen, die nur einen spontanen Übergang jeweils zulassen und dabei das jeweils nächste Zeichen aus dieser Liste schreiben, wie sich irgendwann B2 geschrieben hat und letztlich mit B1 zu meinem Zielzustand Coupé gelange. Und diese Zustände hier in der Mitte werden nur für diese Zwecke verwendet und für nichts anderes als diesen einen Wort, dieses Wort, eine Wort pushen und damit kann das, können die auch nicht in irgendeiner Weise anders genutzt werden als durch diese lineare Abfolge von Übergängen. Okay, das ist also relativ einfach und wir sehen auch, dass ganz klar hat die gleiche Ausdruckstärke, aber wir werden auch in manchen Fällen das ganz praktisch finden, gleich ein Wort auf den Stack zu legen, weil dadurch die Automaten kleiner werden und man sich diese Zwischenzustände, die nichts weiter tun als ein Wort, ein längeres Wort auf den Stack zu bringen, sich sparen kann. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Okay, damit endet dieses Video. Wir haben nochmal ein bisschen genauer die Definition von Kellerautomaten kennengelernt, mit denen wir endliche Automaten um einen LIFO organisierten Speicher erweitern, einen Stack und wir haben eine Reihe von Beispielen gesehen und hoffentlich ganz gut verstanden, wie man mit diesen Kellerautomaten arbeiten kann, was da so geht. Mehr darüber werden wir natürlich verstehen, wenn wir die Übungsaufgaben durchrechnen und selbst noch ein paar von diesen Automaten konstruieren. Und wir haben auch schon ein bisschen in die Ausdrucksstärke verschiedener Varianten oder Erweiterungen geschaut. Die große offene Frage ist jetzt aber natürlich, was kann so ein Keller automatisch, egal wie ich ihn jetzt im Detail definiere, eigentlich leisten? Wir reden ja eigentlich über kontextfreie Sprachen. Also es sollte irgendwas mit kontextfreien Sprachen zu tun haben, aber wie das genau funktioniert, das müssten wir uns mal noch anschauen, das kommt dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.